Wer bist du? Ich bin der Tod. Kommst du mich zu holen? Ich bin schon lange an deiner Seite gegangen. Das weiß ich. Bist du bereit? Mein Körper ist bereit. Ich nicht. Warte einen Augenblick. Das sagen sie alle. Aber ich lasse nicht mit mir handeln. Du spielst gern Schach, nicht wahr? Woher weißt du das? Oh, ich habe es auf Bildern gesehen, ich habe davon gehört. Ja, ich bin tatsächlich kein schlechter Schachspieler. Ich wette, dass du nicht besser spielst als ich. Warum willst du mit mir Schach spielen? Das ist meine Sache. Meinetwegen. Ich darf am Leben bleiben, bis die Party zu Ende ist. Wenn ich dich matt setze, bin ich frei. Du spielst Schwarz. Es trifft sich gut. Ich liebe Schwarz. Ich bin ich sehr schnell tot. Ich muss mich überrascht.